Oh, gegen wen spielen wir denn hier? Perfekt! Im ersten Game spielen wir natürlich gegen Forrest. Okay, gar kein Problem für uns. Hallo YouTube! Herzlich willkommen zu meinem allerersten Matchmaking auf Overpass in CS2. Die erste Map, die komplett überarbeitet wurde. Tut mir leid, ich bin komplett krank. Ich hoffe, dass ich trotzdem hier abliefern kann. Wir spielen gegen niemand Geringeres als Forrest Champion at ESL1 Cologne 2014. Aber das wird natürlich für uns gar kein Problem sein. Ja, lass gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Kuss und Gruß. Pirates. Pirates set. Nein. One more time. Nein. Go, man. Heaven. Okay. Ja, geht los. Juhu! Sehr gut. Da fliegt die erste Stelle von Forrest aber direkt über 10 Kilometer. Ich muss sagen, der Headshot Angle sieht irgendwie ein bisschen... Also es sieht so aus, als wirst du deutlich weniger vom Kopf des Gegners sehen. Da an den Barrels. So, ich bin alleine mit der Bombe hier. Sehr gut. Nein, ich kurz pusht. Show Pushing B-Show. Warum pusht er denn? Also, muss ich ein bisschen anstrengen. Sonst wird es hier eine schnelle Nummer gegen Mr. Forrest. Ah, er tryhardet auch. Warum smoken die ganze Zeit so kurz eigentlich? Oh, oh. Ah, 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 ah. Tags. Show. Nice. Ah, nice try, nice try, nice try, nice try. Okay. Man wird hier nur weggeblockt. Das ist so nervig. So, wir gehen jetzt noch Richtung lang hier. Zinava. Sieht so schön aus hier. Connector steht. Das ist so schön aus hier. I'm a bad player. Bad info. Oh well. Owee. Jawoll. Let's go. Puh. Ei, ei, ei. Was ich da kurz verämt habe. Ui, ei, ei. Keiner gesehen. Oh oh. Ich höre eine ABP. Kann man durch die Berliner Bahn laufen hier? Komm her. Komm her. Ach du Scheiße. Junge. Alter, Forrest habe mich erschrocken. Holy shit. Für die ABP. Oh god. Aber es reicht. Also auf geht's man. Alles drin. Was? Dingt, dingt. Dingt Barrels. 1 HP. Was? Counter Strike. Was ist denn das jetzt hier? On side, on side, on side. Oh nein, Alter. Bin jung, kriegst du die Bombe noch gelegt? Ey, ey. Oh mein. Nein, zu früh, zu früh. Nein, der zieht durch. Oh Gott. Hat doch gesteppt. Nice. Nice. War nie in Gefahr die Runde. War nie in Gefahr. Ja. Also das war gescriptet, by the way. Dass ich da, äh. Ja. Major Winner hat 120 HP. Eine Frechheit ist das. Der, der Stein um den Dings, der jetzt riecht zieht. Äh. Kamer Yellow. Oh oh. Eh, ein ist ein A. Wir können gehen. B. Ja, ich gehe mit B. Ich gehe mit B. Ich gehe mit Info. Don't go here, but wait. Wait for Orange. Better see anybody here. Oh, last B. We're last B. Last B. Was last B. Klar, ich liege dann auch erstmal auf Truck. wenn wir den ganzen Spot haben. Welche Posies du dir halten kannst. Hier sieht man den Schatten schon wieder zuerst. Es ist offen. 069 vorne. Wo ist denn dein Kollege hier? Worte. Loll. Wie habe ich das überhaupt überlebt? Wie zur Hölle habe ich das überlebt? Hier kann man nicht mehr durchgucken. Aber kann man sich hier verstecken, ist die Frage bestimmt, oder? Worte. Worte. Schwierig. Ich hoffe... Ich hoffe, dass jetzt... Okay, kurz mal ein bisschen gegurgelt. Jetzt hat Forrest keinen Bock mehr. Der Spielplatz ist auch echt schön geworden, ey. Sein Leben hängt davon ab. Alter, fuck. Deutsche Spielzeit. Weiß. Halten, 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 halten. Weiß. Auf geht's. Guck mal, Alter. Der hat halt einen Titan-Holo drauf. Guck mal, das sieht man jetzt sogar, wenn man da zuguckt. Wie geil ist das denn, Alter? Titan-Holo, Titan-Holo. So abschümmeln fühle ich auch gar nicht, muss ich sagen. Bank auf! Bank auf! Bank auf! Ey, so ist aber... irgendeiner kann er... Bank, 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 Lars. Bank auf! Okay, es war ein bisschen dumm gespielt von mir, aber ich dachte irgendwie, dass es ein bisschen aggressiver gehalten wird. Scheiße. Nee, also du kannst mit den Schaukelpferden in dem interagieren, dass du die abschießen kannst, aber du kannst sie nicht selber schaukeln. Von Corona. Oh mein Gott. Das ist okay. 8-7 nehmen wir mit. Ach, ich fühl mich wohl auf der Map, Alter. Berlin. Oh, oh. Da kommst du nicht mehr weg, Alter. Du siehst die gefühlt auch sehr, sehr spät. Tiron ist weg. Bade. Boris Hostert in Surveyor. Einserping. Frechheit. Außer wenn ich alles tun muss, um mich klein zu halten hier, ja? Das kann ich machen mit Konnektoren noch offen. Schaut, schaut, schaut. Das sei denn, wo geht? Nein, Wien. Ach, Mist. Äh, Party. Nice. Runde geholt. Auf geht's. Oh, oh. Was? Das ist aber, also, man, Klee. Was? Wo geht der Schuss hin? My bad, I guess. Schaut, 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 schaut. Schaut, lass. Ah, yeah, let's go. Alles noch wunderbar hier. Sieht so schön aus, alles. Sieht so krass. So nice einfach. Und das ist trotz dessen, das ist das, was ich so krass finde, trotz dessen, obwohl diese Map komplett anders aussieht, ist so die Kernessenz von Overpass immer noch erhalten. Das ist immer noch Overpass. Oh, nice. Nice. Diffuse. One has to diffuse. Ah, monster. Jail. No time. Hahaha. Let's die. Alter. Oh mein Gott, der Bombenradius ist auch wieder riesig. Ach, nö, alter. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht immer so. Der hat 100 AP und verreckter. Boah, ich wette den, ich bate den so zur Hölle. He is out, yellow. Aber zum Teufel gebatet. Also ich muss sagen, ich finde es schon rough, den A-Spot jetzt offensiv zu halten. Ich würde sagen, wir haben uns gut geschlagen gegen, gegen Mr. Forest himself. Er hat nur 42 Boden gegen uns gemacht. Aber wir haben getopfrankt in unserem Team, das ist doch gut. Ähm, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ähm, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, äh, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und sagt mir, wie euer erster Eindruck von Overpass ist. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Later. Los Itamos Los itamos Los itamos Los itamos